Allerdings mit vielen kleinen Unebenheiten, sie sind tänzerisch eigentlich noch nicht so weit, oder Markus Schoni? Nein, man hat es ganz deutlich gesehen, an den oberliegenden Haltungen vor allen Dingen, da sind noch Schwächen. Die Haltungen sind nicht konstant über den ganzen Durchgang und gerade bei einer Formation wird natürlich darauf schon sehr geachtet. Und nun der Interclub Slavna Basik Bratislava aus der CSFR, Trainer Miran Sjavnitsky. Die Haltungen Die Haltungen Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018